hallo ja ich habe schon wieder was neues ihr seht ein stirnband was hat das mit masken zu tun nun viel einige von euch haben gesagt sie tragen die maske mehrere stunden und langsam fangen die ohren an weh zu tun und dann habe ich gedacht okay vielleicht sollte man die maske woanders einhängen und darum habe ich gedacht stirnband knopf und wenn man dann die maske so nimmt kommen sie hier ein hänger und hier ein hängen und alles wieder dicht machen aufsetzen und die ohren sind nicht mehr aber ja das stirnband mache ich gerne im set und man da so sieht sieht das so aus es ist auch wieder mit gummi ein bisschen veränderbar und links und rechts hat es ein knopf gut sagt was dazu